Hallo, das ist AusdruckslustTV. Wir befinden uns gerade im Zug in den Harz. Heute ist Weihnachtsfeier im Januar. Und anschließend werden wir einfach so vollgefressen sein und müde, dass wir heute Abend noch richtig schön feiern gehen. Felix, du Spaß! Felix! Benni Tacke und Felix Witte für AusdruckslustTV. Weihnachtsfeier, wir gehen wandern! Was ist das Problem? Das Problem ist, dass ihr Arschnasen gerade einfach nicht laufen wollt. Um den Zug zu kriegen, Benni Tacke für AusdruckslustVlog. Und wie können wir es denn noch nennen? Es ist einfach ein fresher Vlog. Podcast. Podcast ist so 2009. Ausdruckslust Podcast. Wir nennen es BushidoTV. Hassans Vlog. Mein Tagebuch. Ausdruckslust Brocken. Ausdrucksloses Tagebuch. One Day in Harz. Ausdruckslust Rent Brocken. Oder wir setzen einen Brocken auf den Brocken. Ausdruckslust. Ja, das war's. Das war's. Ausdruckslust. Weißt du, was los ist? Ich habe schon mal Proviant gekauft für alle. Wir sind gerade in Schierke gelandet. Das erkennt man hier am Schierker Feuerstein. Deshalb dachte ich mir, für einen kleinen Wegproviant könnte man mal hier so einen kleinen Schnappel... Und warum nur vier Flaschen? Ja, eigentlich warten wir auf den Brocken. Aber das Wetter lässt es leider nicht zu. Deswegen hängen wir jetzt hier fest und gehen zu Fuß. Es wurde von allen abgeraten. Dann geben wir jetzt 12, 13 Kilometer. Sauber. Aber ich habe keine Ahnung, wo lang. Ich hole nochmal einen Schierker. Oh Felix, ey, du tust mir so leid mit den Schuhen. Wie viel sind es insgesamt? 12 Kilometer. Wir schaffen das. Und wie viel haben wir schon? Kleine Rechnaufgabe, ein Drittel. Ein Drittel. Das klappt schon. Also ich bin dafür, dass wir weitergehen. Was denkst du so? Ich glaube, wir verrecken. Ich weiß nicht. Ich sehe keine Aussicht mehr hier. Ich glaube, wir gehen drauf. Junge, Alter, du hast voll meine fucking Söcke. Der Mann mit der Kamera muss ausgelassen werden. Felix, du Spass. Felix! Felix! Das Wandern ist das Müllast. Sing mit. Nein. Das Wandern ist das Müllast Lust. Nein. Das Wandern ist das Felix Lust. Jetzt sing doch endlich mit. Ich wandere doch gar nicht. Benjamin Tacke für Ausdrucksschluss. Punkt TV. VJ TV. VJ TV. VJ TV.